So, und immer ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich über ein Thema sprechen, auf das ich in einem anderen Video, was ich gemacht habe, darauf angesprochen wurde, was auch mit diesem Thema zu tun hatte. Und zwar war das, als ich damals diese Videos zum Thema, das ist natürlich noch nicht lange her, so einen Monat ungefähr, die Videos über das Thema Betrug bei Edelmetallen gemacht habe. Ja, damals ging es um eins zu eins genau einfach nur Betrug, ja, ganz offensichtliche betrügerische Maschen, die dafür einfach nur da sind, Leuten Geld zu stehlen. Also wirklich halt ganz präzise ausgedrückt eben genau das, ja, das war keine Geschichten, wo irgendein minderwertiges Produkt verkauft wurde oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur die klassische Internetbetrügerei gewesen, wo man jemandem Geld schickt und dieser jemand verschwindet. Ja, ich denke mal, das kennt jeder von euch, aber in diesem Video wurde ich von vielen Leuten auch darauf angesprochen, dass es ja auch noch durchaus andere Möglichkeiten gibt, etwas zwielichtige, ich sag jetzt mal so, Preise möglicherweise für bestimmte Dinge zu verlangen und damit auf eine bestimmte Gruppe von potenziellen Käufern präzise abzuzielen und diese dann auch dazu zu bringen, diese Sachen zu kaufen, ohne sich großartig darüber Gedanken zu machen, ob es das vielleicht wert ist oder sich mit dem Thema jemals auseinandergesetzt haben oder, oder, oder. Ja, ja, definitiv eine Sache, die nicht so ganz einfach ist, da sprechen wir aber gleich definitiv auch noch weiter drüber. Zuerst aber natürlich wie in jedem Gold- und Silbertalk werfen wir einen Blick auf das, was ich hier heute an schönen Sachen mitgebracht habe. Ja, da habe ich einmal einen 50 Gramm ESG Gold Recycling Barren, ein sehr, sehr schöner Barren, zeitweise auch ziemlich günstig zu bekommen, jetzt aktuell sind die Aufschläge dafür, glaube ich, etwas gestiegen und deswegen, ja, muss man dann halt mal so gucken, aber letztendlich trotzdem ein sehr, sehr guter Anlagebarren. Eine gute Anlage Münze in Silber haben wir hier und zwar ist das die 1 Unzen Silberarche Noah, das sind 2019er Münzen und natürlich haben wir auch da das Problem mit dem Aufschlag, ja, das muss jedem klar sein, aber ansonsten sind die meistens ziemlich günstig, ja, liegen so um den, um den Preis auch vom Australian Kangaroo, sind auch manchmal ein bisschen günstiger, manchmal sind sie auch ein bisschen drüber, das kommt immer so auf das Angebot an und da kann man dann auch gute Angebote da finden. Als nächstes habe ich mitgebracht, 21, 21er Australian Wedgetail Eagle, wirklich eine meiner absoluten Lieblingsmünzen, immer noch, das wisst ihr ja, das erzähle ich ja praktisch jedes Mal, wenn ich die Münze mit dabei habe, ist aber auch wirklich einfach eine sehr, sehr schöne Münze, meiner Meinung nach. Und als letztes habe ich auch noch mitgebracht, ein 1 Unzen Krügerrand aus dem Jahre 1980, wirklich auch eine schöne Münze oder Medaille, wie auch immer man da jetzt zu verfährt, aber relativ günstig zu bekommen normalerweise, ich würde sagen so um die 5% kriegt man die auch aktuell, vielleicht auch, wenn man ein ganz gutes Angebot findet, auch gut um die 3%, das kommt aber halt dann immer drauf an, was man da gerade so findet, ist ja ganz klar. Gut, also dann, wie sieht es aus mit dieser ganzen Geschichte? Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, zuerst wollte ich darüber, wie gesagt, überhaupt kein Video machen. Das liegt daran, weil es sich bei diesen etwas, ich sag's jetzt mal, unseriösen Geschichten, Geschäften, was auch immer, handelt es sich ja immer noch um Sachen, die nicht 1 zu 1 einfach Betrügerei sind. Das heißt, man bekommt das Produkt, was man kauft. Es sind aber, ich sag's jetzt mal so, sehr unseriöse Geschäftspraktiken, die damit in Verbindung stehen. Und das Ganze ist ein problematisches Thema. Und ich wollte auch deswegen erst kein Video darüber machen, weil es hier durchaus sein kann, da diese Shops echte Shops sind und echte Ware anbieten, dass es da Probleme geben kann, wenn man sich dagegen öffentlich äußert, zum Beispiel hier auf YouTube. Und dementsprechend wollte ich das erst überhaupt nicht machen, weil es natürlich so ist. Jeder kann selbst recherchieren, jeder kann sich selbst dazu erkundigen, was es wert ist, etwas zu kaufen und was nicht. Aber ich möchte trotzdem ein Video dazu machen, weil ich in letzter Zeit noch mal mehr darüber nachgedacht habe und mir aufgefallen ist, dass diese Geschäftspraktiken ganz besonders auf eine bestimmte Gruppe von Menschen abzielen, die diese Möglichkeit nicht unbedingt immer haben. Was ich damit meine, erkläre ich gleich alles noch. Aber ich möchte prinzipiell noch mal im Voraus sagen, ich nenne keine Namen von Shops spezifisch. Ich deute ein paar Sachen an. Die sind nicht rechtlich verwendbar. Das wird dann jedem auch bewusst, wie ich das Ganze hindrehe. Aber ich begebe mich hier jetzt nicht in irgendeine rechtliche Grauzone. Deswegen nur über solche Shops, von denen ich denke, dass deren Geschäftspraktiken ein bisschen fragwürdig sind. Deswegen begebe ich mich jetzt nicht in irgendwelche rechtlichen Grauzonen. Da habe ich einfach wenig Lust drauf. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Ganz klar. Aber es wird nichts rechtlich Verwendbares dabei rumkommen. Und da kann ich sehr sicher sein. Also dementsprechend braucht man sich da auch keine großartigen Mühen zu machen. Ich werde keinen Shop beim Namen nennen. Ich werde keine Produkte aus dem Shop speziell zeigen. Ich werde euch allerdings sagen, für welche Produkte welche Preise aufgerufen werden. Und ihr könnt diese Produktdaten dann selbst nachprüfen. Ja, ihr könnt mir aber natürlich auch glauben, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen im Internet. Aber ich sage euch natürlich nur die Zahlen, die auch tatsächlich auf dieser Website, auf diesen Websiten dann auch angegeben werden. Ja, also jetzt wie gesagt, wieso habe ich meine Meinung geändert? Wieso werde ich dazu jetzt doch ein Video machen? Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass die Geschäftemacherei dieser Leute speziell auf eine bestimmte Altersgruppe von Menschen abzielt. Und zwar von Leuten mindestens mal über 70. Ja, also jetzt absolut nichts gegen solche Leute in dieser Altersgruppe. Absolut nicht. Viele der nettesten Leute, die ich jemals getroffen habe, waren in dieser Altersgruppe. Und viele der noch im Kopf am absolut fittesten Leute, die ich jemals getroffen habe, ebenfalls in dieser Altersgruppe. Aber es gibt eben auch viele Leute, die mit solchen Sachen in diesem Alter wie Internet und solchen Singen nichts zu tun haben. Und die sich auch nicht unbedingt viel mit solchen Sachen wie Gold und Silber vorher beschäftigt haben. Ich weiß, es gibt auch viele, die das haben. Natürlich auch hier auf dem Kanal. Es gibt auch einige Zuschauer hier auf dem Kanal in der Altersgruppe. Das weiß ich. Aber über diese Leute spreche ich ja jetzt hier gar nicht. Es geht ja um Leute, die sich über Gold und Silber vorher nie informiert haben und jetzt eben relativ wenig Wissen darüber haben. Jetzt aber beispielsweise für Familienmitglieder oder für sich selbst irgendwelche Geschenke suchen oder eben irgendwo gehört haben, dass es sinnvoll ist, in Gold und Silber anzulegen und das jetzt kaufen wollen. Ja, diese Leute, wie gesagt, diese spezielle Gruppe von Leuten, auf die diese Produkte dann abzielen, die hat wenig Zugang zum Internet, also vielleicht nur irgendeinen älteren Computer oder benutzen vielleicht mal Geräte von anderen Familienmitgliedern und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alles und finden dann eben hoffentlich aus der Sicht dieser Leute hoffentlich die Shops eben dieser infrage gestellten Internetseiten. So, und das ist relativ einfach. Ja, man kann ja Werbung schalten überall und es gibt dann auch solche lustigen Fernsehsendungen, beispielsweise die verschiedene Shops von diesen Shops, die ich meine, zum Beispiel leiten, wie zum Beispiel einen Shop, der sich auf Schlepper reimt. Aber, ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht unbedingt. Aber, nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Shops dann normalerweise irgendwie aufploppen, diese Leute dann da drauf gehen, dort viele Münzen und andere Sachen finden, die als besonders selten, besonders toll, besonders wertvoll, besonders, was auch immer, Hauptsache besonders angepriesen werden und eben mit extrem erhöhtem Preis angeboten werden. Bei manchen Sachen ist das noch nicht so ganz so schlimm, wie zum Beispiel bei Anlagewaren, die gibt es auf solchen Shops zum Beispiel auch zu kaufen. Die liegt dann meistens so, ich würde mal sagen, für einen 2022er Silber Krügerrand, habe ich da zum Beispiel jetzt so Preise um die 32 Euro gesehen. Ja, ist schon einiges, das werden die meisten von euch wissen, die sich viel mit Gold und Silber beschäftigt haben oder auch einen Australian Kangaroo, so um die 31 Euro plus Versandkosten natürlich. Und, ja, das ist schon einiges, ja, aber es ist natürlich kein sehr hoher Preis. Das ist was, was ich normalerweise, auch wenn natürlich das Rentensystem hier im Land komplett kaputt ist, ich denke mal, das weiß jeder, aber ich denke mal, das ist so was, was die meisten Leute, die vielleicht auch in Rente sind für ihre Enkelkinder oder so zu Weihnachten und Geburtstag zum Beispiel auch gerne kaufen würden. Und da kommen wir gleich in das weitere Problem rein, denn auf solchen Shops werden auch sehr oft solche kleinen Goldmünzen angeboten, die jetzt nicht unbedingt so klein aussehen, die haben meistens ungefähr die Größe von einer 1 Zehntel Unze. Allerdings sind die keine 1 Zehntel Unze, sondern eine 200stel Unze. Nur mal so zum Vergleich, eine 200stel Unze ist ungefähr 0,15 Gramm. Das heißt, sie hat einen Materialwert von, je nach Goldkurs, um die 6 bis 7 Euro. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, klar, diese Münze hat hohe Prägekosten und ist vielleicht auch eine limitierte Auflage oder so, was könnte man dann dafür verlangen? Ja, vielleicht 15, vielleicht 20 Euro. Was kostet die Münze? Keine 20, keine 30, keine 35, 40 Euro. 40 Euro für einen Goldwert von, wie gesagt, 6 bis 7 Euro. Vielleicht 8, je nachdem, wann ihr das Video jetzt guckt. Das ist schon ganz schön viel. Ja, und da muss man sagen, diese Münzen als günstig, als Anlage und als Werterhalt zu bewerben, muss ich sagen, ist auf jeden Fall unseriös, geht in Richtung, ich will das jetzt nicht sagen, aber ich denke mal, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Genau. Geht in Richtung B... Wollen wir jetzt mich mal nicht weiter ausführen. Die meisten von euch werden wissen, was ich dazu meine. Ja, aber das war ja noch nicht alles. Wir haben ja jetzt auch noch solche Münzen, die eigentlich gar keinen Edelmetallwert haben. Und zwar sind das Münzen, die irgendwie so aussehen, vielleicht wie Silbermünzen, aber eigentlich gar keinen Silber enthalten, sondern nur möglicherweise aus solchen Dingen wie einer Nickel-Legierung bestehen. Die können trotzdem eine Auflage haben, die können trotzdem ungefähr das gleiche kosten wie eine Silbermünze. Und es muss ja nirgendwo erwähnt werden, dass es kein Silber ist. Es darf natürlich nirgendwo erwähnt werden, dass es Silber ist, das ist aber auch nicht der Fall. Da steht einfach gar nichts dazu. Ist eine interessante Vorgehensweise. Würde ich das jetzt so machen? Nein. Würde ich das jetzt so machen, wenn ich Geld von Leuten haben möchte, die sich eigentlich mit der Sache überhaupt nicht auskennen, nur weil sie sich damit nicht auskennen, dann ja. Und natürlich werden die meisten Zuschauer auch dieses Kanals wissen, dass schon allein der Bereich mit der Abdeckung Teleshopping auf eine bestimmte Altersgruppe abzielt. Das brauchen wir sich jetzt nicht großartig schönzureden, aber das ist einfach so. Wenn man sich das statistisch gesehen anguckt, in welcher Altersgruppe Leute solche Teleshopping-Kanäle gucken. Ja, was soll ich dazu jetzt groß sagen? Das ist eben nun mal auch die gleiche Altersgruppe, auf der auch dieser ganze Shop ausgelegt ist. Und nicht nur ein Shop, viele Shops. Ja, da gibt es viele Beispiele für. Und ich beziehe mich jetzt da gar nicht auf einen speziellen Hust-Hust, sondern prinzipiell einfach auf viele Shops. Und warum ist das Ganze jetzt so gefährlich? Ja, das liegt an folgendem. Das liegt daran, dass Menschen einfach die Eigenart haben, in einer Angewohnheit festzustecken. Und zwar normalerweise, wenn sie nicht wirklich jemand da rauszehrt mit Gewalt, für immer. Und das ist ein Problem. Das ist eigentlich, wenn man sich das so überlegt, ein viel größeres Problem, wie einfach einmal bei einem vollkommenen Betrugsshop abgezockt zu werden, in den sauren Apfel beißen zu müssen und sich dann zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt an, was ich da mache, damit das nicht nochmal passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre fast besser, als dauerhaft an so einen Shop zu geraten. Weil man kriegt immer Produkte, die sind immer das, was man da auch gelesen hat. Und die meisten Leute, die sich dann nicht mehr mit Gold und Silber großartig befassen, sondern einfach diese Sachen halt immer kaufen, weil sie einem gefallen oder was weiß ich, was auch immer noch, was ja total in Ordnung ist, aber nicht aus den falschen Gründen, ja, ganz, ganz wichtig. Die werden möglicherweise dort wesentlich mehr Geld verlieren, in Anführungszeichen, wie bei einem tatsächlichen Fake-Shop, der keine Ware ausliefert und auch wahrscheinlich keine hat. Dementsprechend muss ich da ganz klar sagen, es ist wichtig, darüber auch zu sprechen. Auch wenn wir mit vorgehaltener Hand darüber sprechen müssen, wenn wir hier diesen Kanal auf Dauer behalten wollen, weil ihr wisst es, mit Rechtsgeschichten in Deutschland, das ist einfach, ja, kann man machen, muss man nicht, klappt auch meistens nur so semi-gut und kostet immer Geld. Und dementsprechend halte ich mich davon so weit wie möglich fern. Ich nenne hier keine Namen von irgendwelchen Shops und jeder von euch kann sich das dann selbst angucken, wer da möglicherweise gemeint ist. Ja, wie gesagt, ich habe keinen Namen genannt, in irgendeiner Form und dementsprechend würde ich sagen, haben wir da auch kein größeres Problem. Letztendlich muss ich auch sagen, ich finde es okay, wenn sich jemand dazu entscheidet, bei einem solchen Shop etwas zu kaufen und sich bewusst darüber ist, das ist zu teuer. Wenn man sich darüber bewusst ist, kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Habe ich kein Problem mit, wirklich nicht. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute das nicht wissen. Und genau darum geht es ja in einem Video wie diesem. Was auch noch so ein Punkt ist, der an dieser Stelle wichtig ist, ist, dass Leute, die sich dann einfach nicht weiter mit dem Thema auseinandersetzen und einfach bei dieser einen Firma, diesem einen Shop bleiben, bei dem sie einfach immer bestellt haben, was sie halt auch immer so machen, dann haben ja diese Leute vermutlich auch Freunde. Also die meisten Leute haben eigentlich Freunde. Also ich, ja, also normalerweise haben Leute Freunde. Sagen wir es einfach mal so. Und wenn diese Person, die jetzt dort bestellt hat, Freunde hat und wenn diese Freunde sich mit dieser Person darüber unterhalten, dass sie irgendwie Gold und Silber gekauft hat, dann wird diese Person vermutlich auch ihren potenziellen Freunden gegenüber erwähnen, dass sie das bei diesem Shop bestellt hat. Und wenn diese potenziellen Freunde sich dann für diesen Shop potenziell interessieren, dann könnte es auch dazu kommen, dass diese Freunde, weil sie es von dieser möglicherweise Freund oder Freundin gehört haben, dann auch dort bestellen. Und dann hätte man nicht nur diesen Schaden einmal angerichtet, sondern zwei, drei, vier, wie auch immer viele Freunde, man hat die sich dann auch dafür interessieren. In Anführungszeichen interessieren. Also natürlich wollen Leute normalerweise sich nie großartig über irgendwas erkundigen, bevor sie was kaufen. Aber das sollte man tun. Aber dann hätte man den Schaden eben nun mal nicht einmal angerichtet, sondern viele Male potenziell. Je nachdem, wenn die Leute, die da kaufen, alle keine Freunde haben, okay, dann war diese ganze Geschichte umsonst. Aber ich würde sagen, die meisten Leute haben Freunde. Und selbst wenn sie keine Freunde haben, Familie haben sie vermutlich. Zumindest habe ich wenig Leute gesehen, die keine Familie haben. Und dementsprechend hat auch die Familie dadurch dann ein Risiko, auf diesem Weg an einen solchen Händler geführt zu werden. Und dann eben dadurch, wie ich schon gesagt habe, dass Menschen normalerweise bei ihren Gewohnheiten bleiben, eben dadurch dann auch dort festsitzen. Und dann über Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg, dort zu teure Ware kaufen, ohne dass sie überhaupt wissen, dass sie zu teuer sind. Das böse Erwachen kommt natürlich erst, sollte ein Verkauf geplant sein. Ja, und das ist auch das Hauptproblem, weil natürlich diese Händler auch diese Ware nicht mal im Ansatz für diesen Preis zurückkaufen werden, für den man sie gekauft hat. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Ich habe es nicht ausprobiert. Das ist Spekulation von mir. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Wer es von euch gerne ausprobieren will, feel free. Aber ich würde mal sagen, man sollte dann vielleicht auch eher auf etwas setzen, was nicht so großen finanziellen Verlust erzielen würde. Also, als Fazit nochmal, bleibt weg von solchen Shops. Alles, was man zum Beispiel auch im Fernsehen sieht, muss zu teuer sein, weil ihr wisst es, Fernsehen ist einfach verdammt teuer. Alles, was da gezeigt wird, muss extreme Profitaufschläge haben. Sonst lohnt es sich einfach nicht, das dort zu verkaufen. Und dementsprechend braucht man sich da auch nicht irgendwelche Illusionen zu machen. Man könnte im Fernsehen irgendetwas kaufen, was irgendeinen gesteigerten Wert für einen selbst hat, findet nicht statt. Kann man total vergessen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe, jeder von euch bleibt von solchen Shops fern. Ich hoffe, wenn ihr es irgendwo mitkriegt, dass irgendeiner von euren Freunden oder irgendeiner von euren Familienmitgliedern an sowas geraten ist, zeigt ihm bitte, dass es zu teuer ist. Oder sagt es ihm zumindest, dann kann er es von mir aus auch weiterkaufen. Wenn er weiß, dass es zu teuer ist, dann ist er dann eben auch selbst schuld. Oder sie, je nachdem. Also wollen wir jetzt ja mal nicht hier irgendjemanden ausschließen. Das trifft ja vermutlich, denke ich mal, ich habe jetzt keine Statistik dafür, welche Personen bei solchen Läden ankaufen. Aber ich denke mal, das trifft ja vermutlich beide Geschlechter. Und dementsprechend ist das auch eine Sache, die man sowohl an männliche als auch weibliche Freunde, Schrägstrich Familienmitglieder auch so weitergeben kann, dass man bitte von solchen Sachen fern bleibt. Es sei denn, man mag entweder nicht A, Geld, B, saubere und seriöse Geschäftsverhältnisse oder C, na, nehmen wir einfach nochmal Geld. So, also, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ich hoffe, irgendjemand, der vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, bei so etwas was zu kaufen, lässt das bitte. Oder lässt es von mir aus auch nicht. Dabei ist sich wenigstens darüber bewusst, dass es zu teuer ist. Und ja, wie gesagt, über eine Bewertung freue ich mich wie immer sehr. Über einen Kommentar natürlich auch. Alles Mögliche, was ihr an Fragen und so weiter habt, gerne da reinschreiben. Super Geschichte. Und beantworte ich natürlich wie immer sehr, sehr gerne. Und natürlich würde ich mich auch extrem darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.